Weihnachten ist ja die Zeit des Flauschens und ihr habt euch bestimmt alle schon mal gedacht, Mensch, ich würde voll gern mal so mein Harry Potter Trio flauschen wollen. Und das könnt ihr, weil wir haben hier Kissen dazu, Chippy Kissen. Chippy Kissen heißt, da sind unser Trio drauf, aber alle nochmal so ein bisschen niedlicher. Also wir haben eine niedlichere Hermine, wir haben einen, na gut, ich weiß gar nicht, ob ich niedlicher sagen kann, überhaupt einen niedlichen Harry. Und Ron, der ist natürlich auch niedlich und was ihr natürlich die ganze Zeit gedacht habt, das flauschigste Mitglied von Hogwarts überhaupt, natürlich Hagrid. Und Hagrid ist ein Halbriese, das heißt, er ist auch ein bisschen größer als die anderen, aber da sind ja nicht nur Gesichter drauf, denn der Hagrid hat auch noch einen Hinterkopf und Ron hat auch einen Hinterkopf und Harry hat auch einen Hinterkopf. Und bevor ich jetzt zu Hermine komme, stelle ich mir gerade geil vor, wie toll es wäre, wenn wir einen, 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 einen Kröle Chippy Kissen hätten und hätten dann Kröle Zinterkopf. Aber das letzte Kissen hier ist natürlich Hermine und ja, da denkt man sich natürlich auch, wow, so sehen ihre Haare von hinten aus. Und wenn ihr die Kissen gewinnen wollt, nach dem Tim, die wieder eingesammelt hat, könnt ihr auch nicht auf unsere Gewinnspielseite klicken und dort mitmachen und bestenfalls gewinnen. Ich versuche das noch ein bisschen rauszuzögern, damit ich dann alle Kissen wieder in der Hand habe. Genau, und da gelten natürlich unsere Teilnahmebedingungen, auch wieder ohne Felix Felix. Auch weil Hagrid kommt geflogen. Bis zum nächsten Mal.